Hast du für dich eigentlich schon mal herausgefunden, was wirklich deine Motivation ist, die deinen Tag ins Leuchten bringt, erhält, so dass du ganz klar sagst für dich, das ist richtig etwas, wo du den ganzen Tag mit dich beschäftigen kannst, dich mit auseinandersetzen? Und was ist das konkret? Weil viele Menschen da draußen, die bewegen sich und wissen überhaupt gar nicht, was ist die größte Intention von dem Ganzen, was das Tageslicht zum Erhellen bringt. Weil wenn du abends schläfst, dann schläfst du, dann konzentrierst du dich auf die Dinge, die dich schlafen lassen. Und das Besondere ist, wenn du wach bist, dann wirst du richtig aus dem Grunde wach, weil du für dich herausfindest, was ist das, wo du daran partizipieren möchtest? Was ist das Wirkliche, wo du sagst, da gehe ich drinnen auf, da werde ich durchgroß, da gehe ich den Schritt, den keiner anderer Mensch da draußen bisher gegangen ist. Und du das für dich herausgefunden hast, dann hast du eine Erfüllung aus dem einfachen Grunde, weil viele Menschen gehen gar nicht so weit, um sich zu sagen, was treibt sie an? Was macht sie wirklich da, wo sie noch nicht sind? Diese Bedeutsamkeit, die musst du für dich herausfinden. Das Schöne ist nämlich einfach, sich vor Augen zu führen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, die die anderen nicht sehen, die es nicht sehen möchten? Und wenn du dieses Video schon mal ansiehst, dann frag dich doch einfach mal, was ist das, wo du tagtäglich dich mit auseinandersetzen kannst, weil das große Freude dir bereitet? Weil du da ganz klar sagst, das ist eine schöne Erfüllung für den Tagesinhalt, den du jetzt bestreiten möchtest. Denk da mal dran, probier das aus, setz das Ohm und teil das mit anderen, die das sehen müssen. Bis dann.